HAHAHAHA Es gibt Infos! To Poppy Playtime! Freunde, was geht? Moin! Ich hab mir was richtig geiles geholt In der Hoffnung Digga, ich kann das dieses Jahr noch zocken Es geht um Poppy Playtime Bruder, was? Junge, wie geil ist der denn? Hallo? Joa, Leute, was geht ab? Ich hab'n verdammten Poppy Playtime-Anzug den ich eigentlich nehmen wollte Wenn Chapter 3 losgeht Ja, es gibt Neuigkeiten zum Kapitel Freunde, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen Es gibt jetzt einen Trailer Es gibt aber auch einiges noch darüber zu erzählen Hashtag Poppy Playtime erstmal in die Kommentare Wehe nicht, Freunde, sonst knallt Und wir gucken mal rein Das hier ist jetzt der offizielle Trailer Wir gucken erstmal rein Und dann analysieren wir das mal Und dann erzähl ich euch noch ein bisschen was Was geht hier, Mann? Hallo? Okay, Mann, das hört sich nicht so gut an Ja, ho, ho Ei Alter, was ist das denn? What's happening down here is bigger than all of us I need you So we can get revenge on those monsters who tortured you Okay Mann, das ist crazy We're coming! Just hold on! Prototype has to die For this For everything Crazy 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 Degi Bevor wir jetzt weitermachen Ähm Schon mal eine Info Da könnt ihr euch sehr sicher sein, dass die stimmt Poppy Playtime kommt dieses Jahr nicht mehr Ich habe mit einem Verantwortlichen bei MOB Games gesprochen Die haben sich besser aufgestellt, Leute Ihr kennt ja meinen Struggle Und zwar Ich habe jemanden dort gefragt, der viel Einfluss hat in der Firma Wie es aussieht Weil ich nochmal gerne in den Urlaub möchte Und das Release natürlich nicht verpassen will Und der hat gesagt, das kommt erst im Januar So, dementsprechend, Freunde Macht euch keine Hoffnung mehr Dieses Jahr kommt auf jeden Fall kein Poppy Playtime mehr Ist schade Aber das Game Und da gehen wir jetzt mal drauf ein Sieht ja ziemlich krass aus Gehen wir mal in den Trailer noch mal rein Und checken mal aus, was da so geht So, was haben wir hier? Erstmal natürlich die Informations Also die Werbung und so Das kennt man alles Während der Werbung wird ein Emergency Alert System eingeblendet Also es gibt einen Sicherheitsalarm 1995 8. August 11 Uhr Digga, da war ich zwei Monate alt, man Crazy Bei der Poppy Playtime Company ist ein Arbeitsfehler aufgetreten Und es gibt einen Alarm Irgendwas ist passiert Jetzt wird es richtig crazy Die folgende Nachricht ist für alle Poppy Playtime Mitarbeiter Ich zähle mich auch mal darunter Habt ihr die Nachrichten gehört? Das hier ist der erste Eindruck, wie es ingame überhaupt sein könnte Und das ist sehr, sehr interessant, Freunde Weil im Hintergrund haben wir so ein bisschen dieses Naja, ich sag mal So Sterne und so Und das fühlt sich Oder es sieht so aus, als wäre das irgendwie so eine Kuppel Sie sind in so einer Kuppel eingesperrt Und hier ist natürlich jetzt auch dieses Haus So, das hier hat irgendwie so ein bisschen den Touch von Moondrop, ne? Aus Five Night at Freddy's Immer dieses sehr mysteriöse Dann kommt noch dazu Wir haben hier die Bude Da haben wir auch mal reingeguckt Da können wir später vielleicht nochmal einen Blick reinwerfen Weiß ich nicht, ob ich jetzt da Material noch hab Ich hab noch ein bisschen was für euch vorbereitet Nach dem Trailer Aber in diesem Haus, da ist man ja später drinnen Wir haben uns da letztens so Bilder angeguckt Sonst schaut einfach mal das letzte Video von mir zu Poppy Playtime Da sind auf jeden Fall die Bilder dabei Wir haben hier einen Briefkasten, der hat Augen Das ist sehr, sehr interessant Und man weiß nicht, warum Poppy hier oben steht Eine Statue, aber vielleicht ist das ihr Gebäude Also irgendwie ihr Haus Finde die Blume Flüstert sie Das hier wird wahrscheinlich das Haus sein Hier sind viele Sachen passiert Also, man sieht alles ist unordentlich irgendwie Mehr oder weniger Betten sind da Die Gasmaske, die man endlich benutzen kann Und das hier ist sehr, sehr interessant Die ganzen Besen, die ganzen Kuscheltiere hier Haben alle keine Zähne mehr Das ist was, was ich sehr, sehr komisch finde Und schaut mal im Hintergrund Hier ist zum Beispiel der Bron, der Dino, der ist aufgehangen Oder der Roboter oder so Die sind irgendwie aufgehangen Aber den Kuscheltieren hier geht's gut So, jetzt gucken wir mal weiter Diese Kinder haben gelitten Fangt ihn Sehr komisch Der Prototyp ist sein Gott Welcher Prototyp ist hier gemeint? Die Klaue, Leute vielleicht? Wir haben hier Tote Charaktere anscheinend P.J. Packer Pillar Hat irgendwie so ein Skelett oder so einen Mund Dann sind hier auch noch irgendwie verschiedene Na ja, Figuren Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll Das sieht aber sehr, sehr gruselig aus Das ist was er ihm angetan hat Wer ist das? Wer zur Hölle ist das? Was war das für ein Charakter? Geile Sache ist die Hand hier Mit der man sich irgendwie nach oben abdrücken kann Jetzt natürlich Man sieht, dass Hagiwagi hier noch seelenloser ausschaut Das heißt, diese Macht, die wir jetzt aktuell haben Ist einfach noch stärker Und sorgt dafür, dass er nicht nur böse ist Sondern wirklich auch seine Seele sozusagen verliert Und diese Kinder sind gerettet Geht dort Was ist das hier? Ganz kurz einmal zurück Ich habe gedacht, ich habe hier irgendwie was gesehen Monster, was hier gerade vorbeischaut Aber das war nicht so Hier geht natürlich dann irgendwie Catnams so ein bisschen lang Und das war auch sehr interessant hier gerade Es gibt das Comeback mit Poppy Und es gibt das Comeback mit Kissy Missy Die hier zusammen irgendwie sind Und man sieht hier den Hintergrund dieser Kuppel vom Anfang Also irgendwie in dem Bereich Sie will vielleicht Kissy Missy zu ihr nach Hause bringen oder so Kann sein Die Stunde des Spaßes kommt an Feiert, das Telefon klingelt Die Gasmaske ist aufgesetzt Das hier auch sehr interessant Denn es sieht so aus, als könnten wir in Teile von Chapter 1 wieder zurückkehren Das ist nämlich genau diese Fabrik Wo Hagiwagi da runtergefallen ist Könnt ihr euch dran entsinnen Digga, das sieht sehr, sehr heftig aus, muss ich sagen Und das hier Ist anscheinend einer der neuen Monster Crazy Es könnte sehr interessant werden Auch hier so in dieser PJ-Pack-Pillar-Umgebung Uiuiui, geile Sache Und da sehen wir Möglicherweise den Boss Von Chapter 3 Der so aussieht wie Hagiwagi, Digga Ich muss schon sagen, so Das hat mich sehr, sehr gecatcht Jetzt würde ich euch gerne nochmal was ganz anderes zeigen Und zwar geht's um Das hier Dieses Cardboard Dieses Pappschild von Catnap Hören wir uns jetzt einmal an Und auch die Stimme Ich weiß nicht, ob diese Aufnahmen hier trusted sind Wir gucken uns das aber trotzdem an Du schläfst so laut Das macht ihn sehr glücklich Das macht ihn sehr glücklich Alle haben Spaß Was ist besser? Tag oder Nacht? Es ist Zeit für ein Deep Sleep Es ist Zeit für ein Deep Sleep Hehe Okay, das war Sehr crazy Aber Meint ihr wirklich, dass die Stimme so ist? Keine Ahnung Wir gehen nochmal ganz kurz zurück Zu einem Video vorher Was M.O.B. released hat Und zwar geht's da nochmal Um eine Rückrufaktion von Catnap Das wird sehr interessant Könnt ihr euch noch an die Smiling Critters erinnern? Ganz genau Da setzen wir jetzt an Denn Dieses Video hier Basiert auf eine Wahrheit Die passiert ist Ihr seht's Und das geht jetzt los Aufgrund dessen Wurde wohl eine Rückholaktion gestartet Es geht darum, dass die Playtime Co. Smiling Critters gehört Das ist irgendwie so eine Unterfirma davon Und die Smiling Critters wurden halt Alle sozusagen ausgeliefert An Kinder und so weiter Aber Irgendwie Fing das an Als Catnap ausgeliefert worden ist Dass Kinder Naja Hinten dann gezogen haben Und Catnap irgendwie komische Dinge getan hat Und die haben dazu geführt Dass die Kinder Eingeschlafen sind und Albträume hatten Und Diese Albträume waren richtig schlimm Gewalttätig Alles mögliche Leute Die hatten einen richtigen Albtraum Mies schlimm Hashtag Albtraum Wer den auch mal von euch hatte Wenn ihr genau wisst Wie schlimm sowas ist Und immer War Catnap daneben Dann musste Die Playtime Company Einen Recall ausführen Also sagen Ey Leute Ihr müsst alle die Produkte wieder zurückgeben Es gibt Probleme damit Das gibt's ab und zu mal Ja Und Die Eltern Waren dann da mit den Kindern Die diese Albträume hatten Wo richtig Gottloser Mist passiert ist Und das ist alles Catnaps Schuld Und sie sagen am Ende noch Ihre Kinder sind nicht sicher Mit Catnap Könnt ihr euch vorstellen Catnap Ähm Ja Ist ein Höchst gefährliches Wesen Ein Spielzeug Was zurückgeschickt werden musste Äh Das nochmal so ein bisschen Auch einfach zur Story selber Dann Wisst ihr auch Bescheid Was jetzt Im nächsten Chapter Wenn's passiert und so Was so der Hintergrund ist Und Abschließend kann ich dazu Jetzt noch sagen Ich habe in der Vergangenheit Viel Poppy Playtime Ähm Ja Also ich habe immer gesagt so Ey Leute Ne Ich zocke das nicht Wenn das dieses Jahr mehr rauskommt Ich habe jetzt ja die Info bekommen Wann das kommt Ich ähm Kann nur sagen im Januar Und ich bin jetzt auch mit dem CEO Von Poppy Playtime Also das heißt mit dem Boss der Firma Äh Wir haben letztens geschrieben Und Ich bin immer noch nicht im Partnerprogramm Digga Ist mir auch völlig egal Aber ich habe einen Ansprechpartner Und das ist für mich wichtig Ähm Und deswegen Leute Es kommt schon aus erster Hand Ich finde es nicht schlimm Das Game wird glaube ich sehr geisteskrank Die Spielzeit soll So circa drei Stunden betragen Vielleicht doch ein bisschen mehr Ich bin sehr sehr gespannt Wir werden natürlich On-Stream Sind wir direkt am Start Ich erwarte den Rekord-Stream schlechthin Also würde Ich würde Wäre sehr traurig Wenn wir dieses Mal nicht mehr als 6000 Zuschauer sind Weil das ist ja das was wir äh Letztes Mal hatten Also 5700 oder so Würde ich mich schon freuen Wenn wir einen neuen Rekord machen Und äh Ja wir werden sehr viel Content dazu machen Es werden sehr sehr geile Mods dazu kommen Alles mögliche Es wird sehr sehr nice Und ich hoffe auch dass ihr Bock habt Danke fürs Zuhören Ich hoffe das Video hat euch gefallen Ein bisschen aufgeklärt Und schreibt mal noch was rein Digga Wie ihr äh Das hier findet Und ob ich das ähm Ja diesen Anzug anhaben soll Wenn wir Probably Playtime 3 spielen Kuss Kuss Freunde Euer Deno out Achso und lasst ein Like da ne Ganz klar Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal